mein mann mann geht das hier ab ich wollte die zurückwerfen scheiße das mal geklappt da kann es auch kein war ja ich habe keine schubdüsen hinten dran kann rucksack der ich erstmal hoch und die lücke zackgasse oh gott deco Nur fast so eine Wolke wie damals beim 11. September, als die Dörren eingestürzt sind. Hamsterhort. So kann man es natürlich auch machen, im Nahkampf. Das ist auch geil, die schicken diese Kapseln runter und da sind die drinnen, ey, das ist auch genial. Gioi. Arte ist schon voraus. Hier kommen mehr. Mehrere C6 kommen. Wir können sie beschützen ihn. Wir können sie versuchen ihn. Wir können sie gegen die Post einsetzen. Los, los. Los! wir wollen energie war für die wirken wunderbar denn oh Gott ja kommt nie her ihr seid hinter mir gespawnt war ein bisschen zu weit vorgelaufen ja 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 oh mein Gott Die erste F. Versucht schon seit Jahren alles zu übernehmen, Nathan. Sie wussten, dass unsere ganze Flotte hier ist. Da drin bewegt sich was. Raze, die Tür aufmachen. Ich gehe hinter dir rein. Ich sehe einen! Ich sehe einen! Auf, ranzig! Das soll nicht mehr fangen gehen! Feuer! Feuer! Beide! Direkt hoch! Wow! Sartiert! Was ist das? Hackmodul! Kann die Botsicht übernehmen? E-Falter, du bist der Hammer. Okay, bin drin! Gute Arbeit, Lieutenant! Ein gutes Stück Technik! Hi, Sir! Alle Stationen! Marines festgenagelt! Golddienst werden mit weiter! Brauchen Unterstützungsteuer! Eclipse, die Admiral Reince, bitte kommen! Hören Sie, Admiral! Fahrt Sie fort! Das Luftschiff soll beim Turm das Feuer ablenken und den Boden sichern! Verstand, Sir! Schon unterwegs! Sattelgruppen! Blau! Blau! Verbündete! Feuer einstellen! Lieutenant Reyes, Ihre Jackals sollen Feuerunterstützung geben! Bestätigt, Sir! Retribution, hier 1-1! Retribution, hört 1-1! Gator, brauche SCAR-3 zur Abregelung in der Luft! Feuerbefehl abwarten! Verstand, Hotel in allen Minuten zum Ziel! Admiral Reince, gut erwischt zu haben! Luftunterstützung unterwegs! Sobald Sie angreifen, holen wir uns den Hügel! Verstanden, Admiral! Volts sind bereit! Eclipse, Feuer freigegeben! Auf zum Tor! Los! 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 Auf zum Tor! Los! 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 Auf zum Tor! Los! 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 Wow! Feindlich die Kapsel! In Deckung! Vor uns den Himmel! Wuh! Gut gesehen, Ethan! Wir steuern jetzt! Warte auf Ihr Zeichen! Warte auf Ihr Zeichen! Herr, bitte Feuerfreigabe! Sie markiert! Jawoll! Das fetzt! Verstanden! Sie erfasst! Waffen bereit! Feuer! Feuer! Los! Prügel! Wir lassen vor! Rote Treffer! 3-1! Verstanden! Schüttle sie ab und verschwinde! Das ist auch mal cool! Jawoll! Das war's wohl mit dem Bots! 3-1! Ziel markiert! Ziel zerstört! Na los! Wir kommen jetzt oben auf dem Hügel! Feuer! 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 024 auf die linke Flanke! 2-6 nach rechts! Rote Treffer! 3-1! Das Übernehmen ist immer echt klasse! Das mag ich ja fast am liebsten, ey! Hör! 2-6 nach rechts! 4-6 nach rechts! 3-1! Ja, fuck, ich hab was abgekriegt, oder? Ne, wir haben mich jetzt bemerkt, gleich. Ja, bitte, Feuerfreigabe, Ziel markiert. Komm, schnell weg hier. Fuck. Ja, Granate. Goldteam, Bericht. Herr, bitte, Feuerfreigabe, Ziel markiert. Zwei, vier, aus Position, auf die Seite. Verstanden, Ziel befasst, lassen bereit. Ihr zwei, sechs sind in Position. Feuer, Feuer. Okay, greifen wir an. Gute Treffer, 3,1. Verstanden, schüttle sie ab und verschwinde. Feuer, Feuer. 3,1, wartet auf Befehle. Hier ist 3,1. Warte auf ihr Zeichen. Direkt voraus. Vorsicht, das ist Gas. Angellacht. 3,1 in Position für Angell. 3,1, Ziel markiert. Verstanden. Warte auf Feuer, Befehl. Feuer, Feuer, Feuer. Gute Treffer, 3,1. Feuer, Feuer, einstellen. Wir verlieren zu viele Männer. Der ist so verpeilt gewesen, wie ich manchmal. Da drin sind SDF-Leute verschanzt. Verstanden. Bereich sichern. Scars gehen rein. Ethan, in Antis Sicherheit hacken. Ich will in den Raum sehen. Ja, Sir, streame jetzt auf Ihre Hand. Ja, geil. Die Umsatzrufe ist erledigt. Antis System Zerstörung wird eingeleitet. Alles in Detail. Wir müssen jetzt los. Ethan, los. So, der Seminar. Bingo, alle Stationen. Wiederhole, Bingo. Die Mord ablösen. Gefangene den Gewahrs annehmen. Handy Officer, bringen Sie Antis online. Da sind noch feindliche Schiffe im Luftraum. Wird gemacht, Admiral. Sato-Truppen richten eine Operationsbasis ein. Gut. Sehen wir uns den Mistkampf an. Guter schwarzer Team. Er muss verarztet werden. Gegen uns gar nichts. Er hat einen Angestellten-ID. Das ist er. Michael Aram Page, Maschinentechniker im Dienst seit zwei Jahren. SDF Schläferzelle. Das ist nicht mein Name. Das ist der Name eines Erdennarren. Wie lautet Ihr Name? Kommandor Akel Minriah. Von der Siedlungsdefensivfront. Wem machen Sie Meldung? Sie begannen einen Krieg. Und ich werde ihn beenden. Arthus-Geschütze erfassen. Jeden Moment feindliche Ziele, Admiral. Danke, Ethan. Gut gemacht. Sie zögern es nur hinaus. Rasch mit ihm. Mars in Eterno. Standhalten, Marines. Gib mir fünf Minuten mit diesem Bastard. So viele unschuldige Reyes. Dann lass uns für sie kämpfen. Okay. Start bereits, Sir. Na los. Er hält uns für ein Weicheier. Alle Stationen. Hier ist K11. Arthus ist wieder unter unserer Kontrolle. Ich wiederhole. Wir haben die Kontrolle über Arthus. Die Franz zieht sich zurück. Raider an Brücke. Lieutenant Sorter und ich brauchen Vögel. Nein, Sir. 3-2 eskortiert sie zu ihrer Position. Bestätigt. Behörd uns für sie hier. Wir sind in der Nähe. Wir sind in der Nähe. K11.